Hallo und herzlich willkommen bei Unlimited Pictures, der weltbesten und wahrscheinlich auch einzigen Sendung, die über alles berichtet, was mit Bildern zu tun hat. Ich glaube, das war die beste Ankündigung aller Zeiten und dementsprechend will ich auch direkt unseren Gast für heute vorstellen. Ich bin nämlich heute nicht alleine, aber auch nicht zu dritt, sondern wir sind nur zu zweit, der liebe Marius. Ja, wunderschönen guten Tag. Ich bin ja, also eigentlich müsste ich ja das Format moderieren, weil ich ja auch bisher, glaube ich, fast in jeder Folge mit dabei war. Dementsprechend auch hiermit an dich herzlich willkommen bei Unlimited Pictures. Dankeschön, dankeschön. Es ist lieb, dass du mich auch mal darin begrüßt. Das war ja beim Indiana Jones Podcast noch nicht so der Fall, also von daher. Ich habe das, ich habe mir das mal zum Anlass genommen. Normalerweise ist es ja so, wenn man von etwas keine Ahnung hat, dann holt man sich jemanden dazu, der von etwas eine Ahnung hat. Und deswegen bist du natürlich auch in jedem Filmpodcast hier bei uns mit dabei. Du hast jetzt gerade von mir dementsprechend den Ritter- und Adelsschlag bekommen. Gern geschehen. Ja, dankeschön an der Stelle. So, aber worum geht es heute eigentlich? Stellst du mir die Frage? Ja, ich stelle dir die Frage. Es geht um einen Film, den wahrscheinlich, ich weiß es jetzt noch nicht, ich stelle die steile These auf, noch nicht sehr viele Leute gesehen haben, aber wir beide haben den Film gesehen. Und ein Film, der wahrscheinlich uns beiden auch so ein bisschen am Herzen liegt und ist deswegen wert, es besprochen zu werden in der Extra-Folge. Auch wenn es vielleicht nicht ein Film ist, ich hole viel zu weit aus, von dem man am Anfang meinen könnte, dass der hier einen eigenen Podcast wert ist. Aber es ist das Queen-Slash-Freddy-Mercury-Biopic Bohemian Rhapsody. Ist vollkommen richtig. Und da sprichst du gleich schon viele, 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 viele wichtige Sachen an. Der Film hat, und ich würde halt gleich damit einsteigen, dass wir kurz vorab einmal kurz sagen, wie uns der Film gefallen hat, bevor wir dann ein bisschen ins Detail gehen. Mich hat der Film tatsächlich ziemlich unerwartet doch erwischt. Ich habe nach der ganzen elendig langen Produktionsphase, für die, die es nicht wissen, der Film sollte ursprünglich, ich glaube, angefangen hat es vor zehn Jahren, wollten die den Film starten oder haben es erst mal darüber gesprochen. Und es hat ja ewig gedauert, bis das geklappt hat. Und deswegen hat der Film mich tatsächlich so ein bisschen aus dem Nichts getroffen. Und ich bin bis heute, Wochen später, immer noch emotional sehr ergriffen. Wie hatten er dir gefallen? Ich müsste ihn tatsächlich sogar noch mal sehen, um das noch mal zu verarbeiten. Ja, man muss auch noch ganz kurz dazu sagen, dass wir das hier jetzt wirklich in einer sehr ungünstigen Zeit eigentlich aufnehmen. Weil wir jetzt wahrscheinlich, ich denke, die P.V. ist bei dir auch schon zwei, drei Wochen her. Ja. Und der Film startet halt erst in, ich glaube, eineinhalb Wochen. Dementsprechend sind wir gerade so in the middle of nowhere. Aber ich habe dennoch genug Erinnerungen an den Film, dass ich sagen kann, ich trenne es jetzt mal insofern, als dass ich sage, auf emotionaler Ebene war es ein sehr tolles Ding für mich. Allein schon, wir hatten es ja schon kurz angesprochen, weil es halt was porträtiert, womit ich mich eh schon immer beschäftigt habe und wovon ich Fan war. Aber auf der anderen Seite jetzt filmisch hat er doch schon ein paar Sachen, wo ich dann auch schon im Kino saß und dachte so, ah, fand ich jetzt nicht so geil. Aber ja, das gilt es ja dann teilweise auch zu trennen. Das können wir ja auch hier so ein bisschen auffächern. Aber dennoch wunderbares Ding eigentlich. Mochte ich. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann fangen wir mal an. Worum geht es in Bohemian Rhapsody? Es ist eigentlich ziemlich deutlich und geradlinig. Und für diejenigen, die sich nicht spoilern lassen wollen, die sollten den Podcast wahrscheinlich erst hören, wenn sie den Film gesehen haben. Weil es ist nun mal de facto der Weg der Band Queen von den Anfängen bis zum berühmten Live Aid Konzert 1985. Und im Grunde erzählt der Film oder versucht nachzuerzählen, was die Band groß gemacht hat, wie sie getickt haben. Und eben auch die ganze Tragödie um die Hauptfigur Freddie Mercury, beziehungsweise, wie ist er nochmal im Original, ich glaube, Farouk Bulsara. Farouk, genau, Bulsara, der ja quasi sich dann selbst als Kunstfigur Freddie Mercury erhoben hat und in einer unnachahmlichen Art und Weise die Geschichte des Pops, des Rocks und eigentlich so ziemlich allen Musikrichtungen danach noch beeinflusst haben. Sag mal, ist dir eigentlich aufgefallen, dass voll viele einflussreiche Bands des Rock und so aus England kommen? Also Rolling Stones, Queen, Beatles. Stimmt, ist was dabei, ne? Ist Led Zeppelin sind auch aus den USA, meine ich, ne? Ich weiß es nicht. Bei manchen müsste ich nochmal nachgucken, aber echt viele. So, so viel dazu. Ja, und da können wir ja gleich direkt zu Beginn, weil ich das auch eigentlich die ganze Zeit schon machen will, ein bisschen Werbung für dich machen. Du hast tatsächlich ein Video zu einem Punkt gemacht, den wir damit, glaube ich, auch so ein bisschen direkt aus der Welt schaffen können, oder? Ja, ich habe im Fahrwasser zu dem Film, wir haben es ja gerade eben schon so kurz besprochen, die Ankündigung an der Stelle vielleicht, wenn ihr Queen-Fan seid und Wert darauf legt, dass das alles historisch akkurat abgebildet ist, ja, dann solltet ihr vielleicht so ein paar Augen zudrücken im Film. Denn das ist nicht immer so, dass viel mir jetzt, ich würde nicht sagen, dass ich ein Profi bin in der Bandgeschichte von Queen, dennoch habe ich mich immer mal damit beschäftigt. Und bei so ein paar Sachen merkt man schon, dass das sehr in die Richtung gebogen wurde, dass es halt filmisch funktioniert. Und das ist halt der Punkt, auf den du hinaus wolltest. Ich habe gerade deshalb, weil mich das halt so beschäftigt hat, dann ein Video dazu gemacht, in dem ich aber null über Queen rede, weil ich den Film halt irgendwie nicht spoilen will und weil das Embargo auch noch nicht los war. Ja, in dem es halt darum geht, wie man mit so Stoffen umgeht, die wirklich passiert sind, wie man die filmisch umsetzt und so. Ja, also diese typische Based-on-a-True-Story-Sache und ja, wenn Leute daran Interesse haben, können sie gerne rüberkommen. Genau, auf jeden Fall mal anschauen, weil ich finde das auch, das illustriert ganz gut, worauf man sich auch bei Queen einlässt, ohne dass du da, wie du schon sagst, explizit Queen ansprichst, Bohemian Rhapsody ansprichst. Weil natürlich hat Freddie Mercury nicht direkt in der neuen Band mitgemacht, der hat schon vorher mitgemacht und die kannten sich alle schon viel länger und das ist nicht mal eben so entstanden. Aber wie gesagt, Dramaturgie. Wie fandest du denn Rami Malek als Freddie? Um mal direkt mit dem Holzhammer einzusteigen, weil ich glaube, das ist tatsächlich so mit das, was die meisten Leute interessiert und was die meisten auch, worauf die meisten achten werden, wenn sie diesen Film angucken. Und wo mit der Film halt auch wirklich schon krass irgendwie verkauft wird jetzt so im Vorhinein, so die Performance, wird er die Oscar-Nominierung kriegen und so. Und ich kann sagen, also ich mochte ihn sehr gerne. Ich war bei der Ankündigung etwas irritiert. Ich hatte aber auch nie Mr. Robot gesehen, weil es dann so ein bisschen out of nowhere war. Aber ich mochte es. Ich persönlich muss aber auch dazu sagen, dass ich nie oder selten ein Problem habe, mich von solchen festgefahrenen Bildern zu lösen. So im Sinne von, also ich hatte auch nie ein Problem, dass irgendwie jetzt Alden Aaron Rykan Solo spielt und habe da jetzt Harrison Ford drin gesucht oder so. Deswegen ging das für mich von Zeit zu Zeit war es dann halt tatsächlich so, dass es einfach aufgrund der Tatsache, dass ich das halt so oft gesehen habe und Freddie Mercury mir irgendwie super vertraut ist, so sein Auftreten und so, dass sich ein bisschen weird angefühlt hat, aber für mich jetzt persönlich auch nie so, dass ich, dass ich da, dass es ein Entfremdungsgefühl des Filmes gegenüber gab. Und bei dir so? Ja, das ist einer der Gründe, weswegen ich ihn tatsächlich nochmal sehen müsste, weil ich habe natürlich genau wie du das auch, bin durch meinen Vater damit aufgewachsen und kenne das halt auch alles schon ewig. Ich kenne halt die Bilder, die Figur, Freddie Mercury, den Charakter und die Videos alle aus dem FF. Trotzdem hatte ich vor dem Film auch länger nicht mehr mal zum Beispiel den Wembley-Auftritt angeguckt und ein paar Interviews habe ich mir danach nochmal angehört. Und deswegen müsste ich ihn nochmal sehen, weil so sehr Rami Malek da halt auch versucht ranzukommen, das auch in meinen Augen teilweise echt bravourös schafft, ist es halt durch die Stimme was anderes. Und da kommt so ein kleiner, was finde ich in den ersten Momenten tatsächlich den einen oder anderen schon stören könnte oder zumindest verdutzt, wenn er ihn auf Englisch guckt. Ich glaube, auf Deutsch ist das Problem alleine durch die Synchronik so gegeben. Aber sie benutzen halt die Original-Freddy-Stimme für die Auftritte. Und die Sprechstimme von dem Schauspieler ist halt deutlich anders, egal ob mit Akzent oder nicht. Und das ist am Anfang für mich schon ein bisschen ungewohnt gewesen. Weißt du, was ich meine? Also dass er plötzlich, wenn er anfängt zu singen, dann hast du halt die Freddy-Stimme und es will nicht mehr so zu 100% draufpassen. Ja, also das Einzige, was ich noch so jetzt gerade, wo ich dir zugehört habe, das Einzige, was ich vielleicht noch anmerken würde oder wo ich so jetzt auch kein, es war kein Störfaktor für mich jetzt an Rami Malek, war, dass er von der Statur her irgendwie ein bisschen so ein bisschen schmächtiger auf mich wirkte. Ja, also wie gesagt, ich glaube, man braucht so eine kleine Zeit, um sich daran zu gewöhnen, weil der Film hat dann schon noch so einen Sog, der ihn irgendwann abholt. Und ich finde halt auch wirklich, das ist etwas, was mir am Anfang aufgefallen ist, was sich hinterher nicht mehr beachtet hat. Mein Paradebeispiel ist tatsächlich die Szene, wo Freddy Mercury, also beziehungsweise Rami Malek, zum Schluss in München im Regen steht. Ich finde, da kaufe ich ihm den Freddy Mercury auch optisch und in allem zu 1000% ab. Also es gibt wirklich diese Momente, wo ich sage, jo, aber es gibt auch immer wieder diese Momente, wo ich mir denke, ja, ist halt auch super schwer. Ja, wie willst du jemandem so nahe kommen, der dafür berühmt-berüchtigt ist, so einzigartig zu sein? Stimmt, ja. Ne, was ich sagen wollte, war, dass es halt schon auch insgesamt wieder so ein Tick was anderes ist, wenn du halt eine Figur verkörperst, die halt auch medial so ultrapräsent war. Ich sage jetzt mal das Beispiel, also es ist ja halt schon eine besondere, based on a true story, story, so. Weil wenn man jetzt guckt, so, ach, keine Ahnung, was mir gerade einfällt, halt ist logischerweise das Social Network. Aber von Mark Zuckerberg hat man ja kein öffentliches Bild, wie er sich verhält oder so. Da reicht es halt, wenn der Protagonist, also hier Jesse Eisenberg, halt lockige, helle Haare hat, so. Aber da ist es dann halt schon noch was anderes und es gibt halt auch wirklich nicht so viele based on a true story Geschichten, wo die Hürde einfach so fucking hoch ist. Und ich glaube, da kann man dann auch einfach mal, sollte man als Zuschauer, da ist man auch einfach gut beraten, wenn man sich irgendwie versucht, eher in den Film ziehen zu lassen, anstatt da jetzt sich ständig zu hinterfragen, oh, das war jetzt nicht ganz wie Freddie Mercury. Ja. Bevor wir aber dann halt auch ans Inhaltliche gehen, möchte ich nochmal meine Bewunderung ausdrücken für den, oh Gott, ich muss kurz nachgucken, wie er heißt, weil ich dauernd diesen Namen vergesse. Willem Lee oder sowas? Äh, ja, genau. Meine Güte, der spielt Brian May und der sieht wie Brian May aus in Jungen und er spricht wie Brian May. Das ist gruselig. Es gibt auch so ein kleines, ähm, so ein Video, wo er spricht und danach spricht Brian May und es ist off-Kamera, das heißt, man merkt den Übergang nicht. Also, der, der Supportive-Cast, der, der ist Hammer. Auch hier, ähm, John Deacon und Roger Taylor sind so unglaublich gut getroffen, dass, das, das, das finde ich tatsächlich in dem Sinne teilweise schon super gruselig. Ja, äh, Mindblow für mich auch an der Stelle, vielleicht wusstest du es auch nicht, aber der, äh, Darsteller von John Deacon, ich komme jetzt nicht drauf, wie heißt Mazzanello oder sowas mit Nachnamen, glaube ich. Ja, Joseph Marcel, ich, ich glaube, ich weiß, was kommt. Das ist, äh, das Kind aus Jurassic Park. Ja, das ist, ich hab das auch irgendwie erst vor ein paar Tagen, äh, als ich mich nochmal ein bisschen durchgelesen hab, hab ich das auch gelesen und hab gesagt, das gibt's ja nicht. Ja, richtig crazy. Aber, aber generell halt auch, ähm, für, für alle Austin Powers Fans, Mike Myers hat einen unglaublich geilen Auftritt. Ich glaube, man kann ihn auch sogar schon im Trailer sehen, oder? Als diesen, äh, Plattenproduzenten. Ja. Super, super. Auch ganz zum Schluss, wo er nochmal eingeblendet ist, weil We Are The Champions ist unfassbar gut. Ähm. Und, ähm, Lucy Boynton ist auch dabei, die, die, äh, Freundin von Dings spielt, von Freddie Mercury. Und die mag ich, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, äh, Sing Street, ein Musikfilm von 2016, glaube ich. So ein toller Film. Nee, da kenn ich die leider nicht her. Ich, ich weiß, ich hab den neuen Mord im Orientexpress gesehen, da war die gerade nicht dabei, aber den fand ich, ja, so ganz okay. Ja, aber an dieser Stelle, nicht nur für dich, sondern für alle, eine unbedingte Sehempfehlung für Sing Street. Ich mein sogar, er ist auf Amazon Prime, ich weiß es aber nicht, er war es auf jeden Fall mal. Also, aber ich, ich, ich kann das nur nochmal sagen. Also, guckt euch den Film vor allem mal auf Englisch an, so wie man es eigentlich immer versuchen sollte in Originalsprache. Aber wenn ihr das könnt, macht es auch. Es ist manchmal echt gruselig, wie nah der Supportive Cast an die realen Vorbilder drankommt. Und da, da, da muss ich, da muss ich wirklich sagen, Respekt an den Film. Das, hey, das, damit hab ich so gar nicht gerechnet. Und von mir noch, naja, nicht Trivia, aber eine kleine Beschwerde. Und zwar, also, du hast ja auch schon gesagt, du hast den Wembley-Auftritt von Queen sehr oft geguckt. Und für mich immer eine legendäre Sache, auch als Kind war, dass John Deacon da in so komischen Jogging-Hotpants gespielt hat. Ja. Und, äh, aber leider keine einzige Stelle in diesem Film, absoluter Spoiler auch, äh, wo, äh, John Deacon eine Hotpants anhat. Fand ich ein bisschen traurig, muss ich sagen. Ja. Damit es der Kasse endet. Es, 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 es hätte es auch so gut gepasst, weil, äh, großartig. Diese Hotpants, ey, wirklich. Ja, dann, äh, gehen wir mal zum Inhaltlichen über. Also, womit fangen wir am besten an? Also, ich würde natürlich erst mal, wie auch schon gerade eben, wieder damit einsteigen. Wie siehst du die Darstellung von Freddy? Und vor allem, das ist ja, glaube ich, auch, äh, auch eine große Frage, die da direkt nach dem kommt. Ja, wie ist denn jetzt Freddy? Äh, ist es ein Freddy-Film oder nicht? Hm, das ist schwierig, würde ich sagen. Und das ist auch einer meiner Hauptprobleme. Da will ich jetzt noch nicht so ganz damit auch raus, rausrücken. Aber es ist schon, also, wenn man eine Hauptfigur definieren muss, ist es ganz klar Freddy Mercury. Aber trotzdem passiert nebenher noch wirklich, wirklich arschviel in dem Film, muss man sagen. Weil es ja dann diesen, ähm, Plattenlabel-Gedönsplot gibt. Dann gibt es halt noch dieses ganze, oh, Queen zerstreitet sich. Und dann gibt es ja halt eben, wie gesagt, auch noch das ganze Drama um Freddy selbst, so. Und, ach, ich will nicht sagen, dass es, dass es, äh, schlecht ist, aber es konterkariert sich halt, finde ich. Ziemlich oft innerhalb des Filmes, wenn dann so ein bisschen, äh, der Fokus rumschiftet. Aber ich glaube, da, dazu kommen wir noch. Ähm, wie siehst du das? Ich würde es ähnlich sehen. Also, es ist halt alleine durch die Tatsache, dass er eben der Verstorbene ist. Und wo viele halt sagen, er ist halt die Stimme von Queen, ähm, sehr auf ihn schon zentriert ist. Aber was ich dem Film sehr hoch anrechne, ist tatsächlich, dass er halt auch zeigt, dass er nicht alleine Queen ist. Manchmal halt auch sogar sehr, sehr, sehr deutlich und sehr plakativ. Aber es ist de facto ja auch so, dass viele, viele, viele berühmte Lieder nicht eben nur von Freddy Mercury halt, sondern von allen immer geschrieben wurden. Oder jeder hat so, das, das muss man sich ja mal vor Augen führen. Es ist ja ganz oft so, dass man nur den Frontsänger kennt. Aber man darf nicht vergessen, jeder von den vier Mitgliedern hat mindestens, ich glaube, einen Top-1-Hit geschrieben. Oder einen Top-10-Hit. Und das, ich finde, das kommt tatsächlich im Film gut rüber. Was mich halt interessiert hat, und das ist etwas, was ich auch niemals beantworten kann und auch niemals beantworten können werde, tun, haben gelassen gemacht, ist, wie gut der Film den Vibe der Kollegen untereinander rüber bekommt. Das ist etwas, womit ich dann wiederum sehr hadere, weil ich nicht genau weiß. Ich hatte manchmal das Gefühl, die wurden mir zu zerstritten präsentiert. Manchmal dann war es wieder weg und dann wieder da. Und weißt du, was ich meine? Immer dieses, ich weiß es auch nicht, als ob es mehr Spannung in der Band gegeben hat, als es wirklich gegeben hätte. Ja, ja, also ich kriege schon rüber, was du meinst. Ich finde halt interessant an der Sache, dass das ja also offensichtlich eine Geschichte aus der Sicht, also auch wenn Freddy der Hauptcharakter ist, ist die Geschichte ja logischerweise aus der Sicht von Roger Taylor und Brian May, weil die ja halt die Produzenten des Films sind und da dementsprechend auch beim Drehbuch eben den Einfluss hatten. Und dahingehend fand ich auch ein paar Sachen wirklich überraschend, so dass sie, oh, das zeigen sie jetzt wirklich so, da haben sie kein Problem damit, das irgendwie dann doch einzugestehen oder das für die Story zu biegen. Ja, teilweise, also es ist natürlich irgendwie schwer zu sagen, ob und wie viel Streit da jetzt letztlich war. Teilweise geht es oft ein bisschen hin und her, vor allem, wenn sie dann irgendwie nach dem ersten Akt dann auf den Bauernhof, auf den berühmten gehen und da dann irgendwie so, oh ja, jetzt wollen wir das machen und dann ist es Streit und jetzt machen wir es aber trotzdem. Und dann ist doch irgendwie diese Szene mit, wo Roger Taylor will I'm in love with my car aufs Album. Das ist die beste Szene überhaupt übrigens, weil für die es nicht wissen, dieses Lied gibt es halt wirklich und wenn man das nicht weiß, kann das halt wirklich wie so ein Scherz wirken und das ist dann halt, das ist so ein schöner doppelter Payoff dann. Ja, ja, aber auch da, wo ich halt gedacht habe, so ja, die streiten sich jetzt drum und irgendwie gibt es aber gar keine, keine wirkliche Resolution dafür, dass sie am Schluss doch sagen, nee, nee, Lied ist geil, mal machen es doch aufs Album. Nee, es wird halt einfach in dem Film gesagt, so ja, nee, Lied ist eigentlich kacke, aber wir wissen halt, okay, vor 40 Jahren haben sie das aber trotzdem aufs Album gemacht, was ist denn da jetzt los? Ja, das ist, das ist halt oft so, dass du in vielen Bereichen hast und da weiß ich halt nicht, inwieweit das immer gut oder schlecht für den Film ist, dass sie halt Sachen überdramatisieren. Ich meine, bestes Beispiel ist, man kann sich glaube ich sogar im Netz angucken, gibt es glaube ich sogar irgendwelche Aufnahmen von, wo sie Sachen im Studio aufgenommen haben, wie das halt wirklich ablief und so und das war halt nicht immer so ein dramatisches wie, ich will das aber nicht und bla 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 und hast du nicht gesehen, sondern die waren halt einfach alle sehr perfektionistisch. Und ich hatte manchmal den Eindruck, dass diese Konstellation für meinen Geschmack einen Ticken zu oft aneinander gerieben wurde, nur um zu einem bestimmten Punkt in deren Leben weiter zu schreiten. Also zum Beispiel, zum Beispiel hatte ich oft nicht das Gefühl, dass die so eine eingesporene Truppe waren, wie sie halt wirklich waren. Klar, die anderen neben Freddy hatten alle ihre Familien und hatten nicht so ein, so ein, so ein Durcheinander im privaten Leben, aber das hat die ja nicht daran gehindert, dass, und ich zitiere hier tatsächlich, dass sich Brian May und auch John Deacon nach dem Tod von Freddy wirklich Selbstmordgedanken hatten, weil die sich so nahe standen. Und das hat mir manchmal wirklich ein bisschen gefehlt. Ja, 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 also ich habe auch gerade gedacht, mit dieser Studiozeit vor allem, also das in den Filmen porträtiert wird, ist es halt auch wirklich so, weil ich glaube, es ist dann halt auch so ein bisschen die Schwierigkeit, dass du halt, also jetzt mal ganz doof gesagt, die haben halt ihre Erfahrungen damals gemacht in diesem Studio. Und wenn halt, wenn die halt sechs Wochen im Studio waren und davon hatten sie eine Woche richtigen Beef, so, und wollen das halt in dem Film haben, dann musst du es halt irgendwie darstellen, so, dass, ja, es war Beef, aber wir können jetzt halt auch nicht 30 Minuten in der Hütte verbringen, weil wir müssen ja im Film weitergehen. Genau das, was du gerade gesagt hast, und das endet dann halt ja letztlich in diesem Konflikt, von dem ich mir auch nicht sicher bin, beziehungsweise relativ sicher bin, da kommen wir ja wahrscheinlich auch noch dazu dann, dass der halt auch so auch nicht in der Art und Weise stattfand, wie er da porträtiert wurde. Deswegen ist es teilweise schon etwas schwerfällig in meinen Augen. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich der Film mit dem besten Soundtrack aller Zeiten. Möchte ich nur noch mal so kurz reinwerfen. Wer diesen Film verlässt, bevor die Credit-Scenes rausgelaufen sind, weiß ich auch nicht. Ja, also, ich bitte euch, ich komme jetzt mal so zu, nämlich darüber über die Musik, zu einer kleinen Zwischenfrage für dich und mich, die wir wahrscheinlich gar nicht so gut beantworten können. Ich habe es dich vorab schon mal gefragt. Glaubst du denn, dass das für Queen-Nicht-Fans reicht? Also, du hast halt diese Spannung in der Band und so, wie gesagt, es hat halt auch so, finde ich, seine Probleme, weil es halt, ja, manchmal ins Nichts läuft, wie du richtig sagst. Aber wie ist denn das, wenn ich kein Queen-Fan wäre? Würde das mir als Film reichen? Ist wirklich eine interessante Sache, ne? Also, ist ja auch eine Frage, die man sich, äh, also insofern ist es eigentlich gar keine interessante Frage, dass man sagen würde, äh, ja, Leute rennen halt ja auch jetzt irgendwie zu 100 in Infinity War und haben zur Hälfte wahrscheinlich auch nicht die ganzen Marken. Habelfilme gesehen, dementsprechend, äh, funktioniert es in dem Queen's Cinematic Universe wahrscheinlich ganz gut, aber davon ab, ähm, ja, ist es so eine Sache, ne? Weil halt teilweise auch Dinge etwas kontextlos dargestellt werden, zum Beispiel, wie wir gerade schon gesagt haben, diese I'm in love with my car-Szene oder so, das gibt ja dann ganz viele Sachen, wo ich auch schon dachte, äh, wo dann eben Sachen romantisiert werden oder so diese, diese Fanservice-Momente, nenne ich es jetzt mal ganz blöd, die eigentlich eben aus dieser ganzen, äh, Nerd-Schiene rauskommen. Äh, die du halt wirklich nur checkst, wenn da irgendwie jemand, äh, sitzt, der jetzt halt die Songs kennt oder schon immer Queen-Fan war oder sich nachträglich damit beschäftigt hat. Ich glaube, rein als Film funktioniert das Ding auch vor allem, weil sie sich, glaube ich, dessen insofern bewusst waren, als dass sie da ja schon irgendwie so diese komödiantischen, äh, Untertöne drin haben. Und das Ding ja durchaus schon einen sehr leichten Ton hat, äh, hin und wieder, vor allem so in der ersten Hälfte. Ich wollte gerade sagen, aber zumindest bis zur Elften, äh, äh, bis zur ersten Hälfte. Genau, und ich glaube, das ist dann so der, der Breaking Point, so. Also bist du als Zuschauer in der ersten Hälfte so involviert in die Geschichte, äh, als dass du das bist, dass es sich in die zweite Hälfte reinrettet und du dann quasi das emotional so mit, mitkriegst. Bei mir kann ich jetzt nur logischerweise sagen, und ich denke auch bei dir, kannst du ja dann gleich, äh, das erläutern, hat's funktioniert. Also von daher. Ja, ja, ich, ich kann das nur so unterschreiben, äh, ich, ich, ich würde halt gern auch nochmal im Nachhinein, wenn der Film dann draußen ist, mit Leuten drüber reden, wie sie das sehen, weil ich glaube halt auch dadurch, dass sie eben ganz am Anfang anfangen, das war ein wunderschöner Satz, ich weiß, äh, dass sie halt wirklich damit anfangen, wie die Band sich kennenlernt, wie quasi Freddy dazukommt und wie sie quasi, äh, dann, dann langsam groß werden, das ist, am Anfang hab ich noch gedacht, oh, das geht aber ganz schön schnell, aber ich finde, sie treffen gerade am Anfang auch so die richtige, den richtigen Punkt von, was wird, was ist einfach nicht so wichtig, muss nicht so lange abgehandelt werden. Also, natürlich, und da wären wir auch wieder ganz am Anfang mit, äh, mit den, ähm, mit den historisch akkuraten Darstellungen, natürlich hätte man noch die anderen Band und Rowdy und so reinbringen können, aber über den gesamten Film gesehen, fand ich dann doch, dass die Anfangsszene, äh, wo sie sich halt zusammenfinden, angemessen kurz war, also viel länger, glaube ich, hätte dem Film auch nicht gut getan. Ja, und, ja. Nee, sag, erzähl weiter. Nee, der Punkt war zu Ende, ich wollte schon was sagen. Nee, was ich halt dann sagen wollte, ist, sie hat eben dann auch immer die Frage, äh, in welchem, in welchem Kontext du die Geschichte dann erzählst, so, und, äh, klar könntest du jetzt eine Origin über Queen erzählen, interessiert aber keinen, weil halt jeder eben die Band, die Band Queen sehen will und nicht, wie kam es dazu, dass der erste Nummer 1 Hit entstand, so, und teilweise, grad nochmal zum Kontext, das fällt mir dann auch wieder ein, ist es halt dann wirklich eben so, äh, ja, okay, die stehen jetzt halt dann plötzlich nach, weiß ich nicht, 30 Minuten bei ihrem einen komischen Plattenboss da, von Mike Myers gespielt, und sagen so, hey, Bohemian Rhapsody soll die erste Single werden, und es funktioniert halt wirklich dann auch nur, weil wir als Zuschauer halt wissen, ja, Bohemian Rhapsody wird die erste Single und ist einer der bekanntesten Songs aller Zeiten, äh, aber dass das jetzt in einem Film irgendeine, ich sag mal, inhaltliche Berechtigung hat, dass jetzt Bohemian Rhapsody die erste Single wird, ist halt total irrelevant eigentlich, ne, weil ja, es gibt halt nie eine Szene, wo in der Band diskutiert wird, welches, was wird die erste Single, das ist, das ist, es ist kein, sag ich mal, dramaturgischer Punkt, so, und das ist die Tatsache, jetzt, jetzt hab ich's, äh, für mich persönlich genailed, äh, so ein bisschen mit der Antwort auf die Frage von grad eben, ähm, äh, dass das halt so, das Ding ist, wo, wo sich die Geister halt dran scheiden, äh, äh, vielleicht so ein bisschen, trotzdem, denke ich, äh, als, als Unterhaltungsfilm funktioniert's gut, und hinten raus hat er dann den nötigen Punch, dass er da auf der Hälfte immer so ein bisschen verliert, ähm, ja, und, oh, was ich ganz kurz noch erwähnen will, ich fand, der Film hatte einen komödiantischen Moment, wo ich mich wirklich, also bei uns in der PV auch die Leute sich weggeschmissen haben, wo sie nämlich auf dem Hof sind, und dann siehst du dieses Huhn, und dann hörst du, Galileo, ja, es ist manchmal einfach, so, die einfachsten Dinge sind manchmal einfach die besten. Ja, aber was, ein großartiger Einfall, wirklich. Das ist, es war eine großartige, stimmt, das hab ich schon wieder fast vergessen. Ja, ich, also ich bin da völlig bei dir, ich glaube aber halt, ich glaube aber halt auch, dass gerade, weil das noch nicht so lange weg ist, und gerade, weil die Band halt noch mit einem anderen Sänger, ähm, nochmal versucht, die quasi das Vermächtnis weiter zu, äh, verbreiten, da gibt's ja auch Leute, die sagen, äh, die können ja nicht mehr ohne Freddy singen, ich sag auch, ja, so gut wird's auch nicht mehr. Auf der anderen Seite lernen Leute so, das kennen, kommen wieder zu den alten Sachen, ich glaube, dass in der Allgemeinheit oder in der breiten Masse aber solche Sachen dann doch bekannt genug sind, und wenn jemand Bohemian Rhapsody hört, dann gibt's die Szene halt im Film, und ja, aus dramaturgischer Sicht ist sie vielleicht vollkommen überflüssig, keine Frage, aber ich glaube, das zieht einfach. Ich glaube, es ist einfach noch neu, in Anführungsstrichen genug, dass die Leute wissen, was das bedeutet, und, ähm, für uns dann sowieso, ne, ich, ich, ich hab's ja auch am Anfang schon mal gesagt, für mich ist dieser Film auch so lustig und so unterhaltsam, er auch am Anfang ist, nach hinten raus einfach, gluck, ne, ich krieg dann so ein Kloß im Hals. Für mich wirklich das, was mir, glaube ich, auf ewig im Gedächtnis bleiben wird, ist, dass der Film zeigt, und da kommen wir gleich, glaube ich, auch noch näher drauf, das ist mir, glaube ich, auch so mit das Wichtigste überhaupt, erstmal die Sexualität von Freddy Mercury, wie die dargestellt wird. Aber, und das fand ich auch so, ähm, das kann ich mir schon gut vorstellen, ist, wie alleine er streckenweise war, also zumindest für einen gewissen Zeitraum, weil man ja durch auch, äh, Aufnahmen und Freunde und sowas weiß, dass das ja nicht immer so war, und dass er halt auch, äh, gerade seine letzten Jahre mit, äh, mit dem, mit seinem Freund Jim sehr glücklich verbracht hat, aber die, die, ich glaube, dieser Moment des Klarwerdens, dass er sterben wird und sowas, dass das, wenn ich darüber nachdenke und das unterlegt mit Who Wants to Live Forever, ist ein Schlag in die Magengrube darunter und alles, was sich emotional irgendwie berühren kann und, ähm, ich weiß, dass das wahrscheinlich andere nicht so hart treffen wird, aber ich finde das schon sehr gut gemacht, auf traurige Art und Weise. Ja, ich fand auch wirklich extrem klug, wie sich der Film teilweise halt zunutze macht, äh, dass wir als Zuschauer halt einen Wissensvorsprung haben, im Sinne von, ja, Freddy wird an Aids erkranken und, äh, sterben, Achtung Spoiler, äh, weil, ähm, der ja auch teilweise dann Songs, die so weit vor seiner Aids-Erkrankung entstanden sind, aber in den Kontext seiner Aids-Erkrankung setzt. Ich glaube, ich meine, das ist ja jetzt auch nichts Neues, das haben wahrscheinlich seit 1990 und, äh, 1991 tausende Leute gemacht und drüber nachgedacht. Ja, ja, lustigerweise war der Band das teils ja auch selbstbewusst, ne, also es ist nichts Überraschendes für die selbst, dass die selbst bei hier, ähm, dem letzten Video, was sie gedreht haben hier, These Are The Days, Ja, das wussten die damals auch schon, dass das eine ganz andere Bedeutung in dem Kontext hat. Ja, 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 aber auch, aber auch schon so Sachen wie, ich meine, ich will jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ich meine, irgendwann wird dann auch nochmal explizit irgendwie Freddy im Close-Up gezeigt, wenn er halt singt, I don't wanna die, but sometimes I wish I'd never been born at all und so ein Kram und wenn dann, äh, love of my life und so ein Kram und das fand ich schon sehr klug, dass der Film sich das da zunutze macht und, um jetzt nicht, äh, ganz wie der unemotionale, äh, Assi rüber zu kommen. Ja, äh, auch mich hat das, äh, teilweise extrem irgendwie mitgenommen, dann halt so sehen, so, oh, scheiße und, und ich weiß jetzt, was passieren wird und ich kann das halt gerade alles in den Kontext setzen und gerade das macht es dann irgendwie noch, noch schlimmer und noch trauriger irgendwie dann das so veranschaulicht zu sehen, vor allem dann in den letzten 20 Minuten. Oh ja, also die, die verfolgen mich bis heute, deswegen, ich muss diesen Film auch nochmal für mich als, äh, als, ja, als Bewältigungsmaßnahme nochmal schauen. Aber auch tatsächlich, um nochmal so ein bisschen drauf zu achten, wie gut der Rami den, ähm, die, die Moves von Freddy trifft, weil jetzt hab ich's nochmal ein bisschen präsenter, aber davon haben wir ja schon genug geredet, äh, was mich halt noch interessieren würde oder worüber wir auch auf jeden Fall nochmal reden sollten, sind solche Geschichten wie eben, ähm, die, äh, die ganze private Geschichte über Freddy Mercury, weil, du hast ja auch schon richtig gesagt, das ist ja nicht aus der Perspektive von Freddy Mercury, sondern das ist aus der Perspektive von allen Leuten, die sie gekriegt haben und von denen, ähm, die darüber erzählt haben. Und würdest du sagen, es wird ihm gerecht? Würdest du sagen, es könnte so gewesen sein? Also einfach dieses, wie er sich entwickelt hat, dass er, ähm, diese berühmte Szene mit, äh, ich glaube, ich bin bisexuell, die soll es ja so wirklich gegeben haben, laut der Mary Austin. Ähm, ähm, ja. Ich fand, dass das vor allem mit Love of My Life im Hintergrund und diesem Auftritt und dieser Kontrastierung, dass er da quasi vor Millionen Leuten spielt und singt und da aber diesen ganz intimen und verletzlichen Moment hat, diese Gegenüberstellung, fand ich das wirklich ein hervorragender Moment, nenne ich's jetzt einfach mal. Wenn's ein reiner Regieeinfall war, dann nenne ich's ein hervorragender Regieeinfall, ist es letztlich dann natürlich auch egal, ähm, aber es war sehr schön irgendwie. Ob das jetzt, wie das jetzt, das ist natürlich eine ganz andere Sache, wo man eigentlich auch gar nicht so eine qualitative Aussage treffen kann, so, ähm, was man vielleicht höchstens, äh, diskutieren kann, äh, ob das jetzt eine, eine, wie sagt man denn, eine gute Darstellung für halt, äh, den Teil dieser LGBTQ-Community und so war. Und das war ja auch vorher eine große Diskussion. Oh, wird das überhaupt adressiert? Lassen sie's völlig zur Seite? Wird Freddie Mercury überhaupt irgendwie, äh, in den Kontext gesetzt, dass er stirbt? Ja, das wird er, wird er logischerweise, hab ich auch nie dran gezweifelt, aber wie, wie, wie sehr seine Homosexualität oder eben Bisexualität da mit, äh, mit reingespielt wird, ist ja dann auch nochmal eine ganz andere Geschichte, ähm, wie, wie fandst du das? Ich muss tatsächlich sagen, also die Darstellung von ihm als, äh, ich bin ja lange Zeit auch davon ausgegangen immer und jeder weiß ja, dass er im Prinzip schwur war, aber er hat's ja auch selbst nie öffentlich gesagt. Ich weiß, ob er's privat gesagt hat oder für sich selbst eingestanden hat, weiß man halt außer halt dieser einen Szene eben nicht. Ähm, deswegen würde ich halt insofern schon sagen, ich fand das eigentlich ganz gut, vor allem, sie haben's auch eben gerade so ab der Hälfte spätestens sehr stark adressiert, also es ist wirklich ein integraler Bestandteil der weiteren, äh, der weiteren Handlung und des ganzen Verlaufs. Also ich muss sagen, ich fand die Darstellung eigentlich ganz gut, vor allem, ähm, diese berühmte Pressekonferenz, wo er halt auch selber gesagt hat, ich mach Musik, was zum Fick geht euch das an, was ich privat mache und so. Und diesen Spagat fand ich eigentlich ganz gut, weil sie halt uns das gezeigt haben, was eben Leute früher nie sehen konnten und wie du halt auch richtig sagst, ob das dann alles so stimmt, das sei mal dahingestellt. Aber, äh, für mich hat das zumindest in dieser Darstellung echt ganz gut funktioniert. Es war halt auch nie wirklich irgendwem gegenüber total despektierlich oder so. Also es war, finde ich, nicht zu aufgesetzt, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Ja, und ich, äh, ich bin da auch so ein bisschen, also was heißt, ein bisschen vorsichtig, aber auf der einen Seite muss man natürlich auch sagen, so, ähm, also ich, für mich persönlich finde es immer ganz wichtig zu sagen, so, ähm, es ist, wir beide sind jetzt natürlich auch keine Stimmen aus der Community. Und es ist natürlich immer leicht, dann von außen drauf zu gucken und sagen, ja, nö, war für mich okay, so. Ähm, aber was ich auf jeden Fall noch dazu sagen kann, ist, dass ich halt, äh, ganz gut fand, dass es da keine, äh, derartige Pauschalisierung gab, wo man hätte leicht zum Opfer fallen können, sage ich mal, noch hinzugehen und zu sagen, ach, guck mal, da in der schwulen Community, äh, da ging dieses Aids-Ding ja total rum und so. Genau. Und da hat man sich ja leicht infiziert, nee, wurde auch im Film nicht mal adressiert, was ich ganz, ganz klug fand, weil, äh, weil es da auch nicht mal einen Nährboden dann dafür gibt für, äh, etwaige, ähm, ja, ich sag mal, Kritiker oder irgendwelche Bösen. Es gibt ja, äh, tatsächlich, man mag es ja fast nicht glauben, aber in Deutschland wird ja sogar im Moment, äh, von, äh, hohen Rössern, äh, was heißt hohen Rössern, aber einige Politiker sagen ja sogar, hey, hier kommen Leute in unser Land, die Krankheiten haben und, äh, ich will jetzt nicht zu politisch werden, Entschuldigung. Nee, 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 aber, äh, alles gut, aber ich weiß, was du meinst, das ist, äh, ist ja nichts Neues, ne, es ändert sich halt einfach nur der Adressat und der, den sie betrifft. Ähm, das stimmt schon, das haben sie eigentlich ganz klug gemacht, aber, wie gesagt, ich, ich denke halt auch die ganze Zeit drüber nach, ich fand es auch sehr clever, wie sie diesen Übergang gemacht haben, weil es war ja schon immer so, und das haben sie ganz klug gemacht, Freddy war halt, wie er war. Mhm. Und das haben, und das war auch immer so, und niemand hat sich die Frage gestellt, ob er schwul ist oder nicht, weil das waren die 70er und die 80er, da hat man halt auch Zeug angezogen, ich meine, guckt euch, ich meine, die Bands draußen alle zu der Zeit an, da sind sogar die, ich meine, Mick Jagger hat auch alles umgeflankt, was er bei 3 gesehen hat, um es jetzt mal richtig, 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 äh, polemisch hier zu sagen, aber die, die, ähm, die Richtung ist ja trotzdem wichtig, dass es eben, er war einfach er, und wie sich das entwickelt hat, war halt wirklich einfach so, er hat für sich selbst so gemerkt, und ich finde, das haben sie auch echt musikalisch, und mit dieser Szene, mit dem berühmten Claudeau in den USA, ja, das haben sie aber nicht zu in your face gemacht, und wie du auch richtig eben sagtest, sie haben es nicht zu, zu krass pauschalisiert, und es war eher so ein, so ein allgemeines Problem von Freddy zu der Zeit, wie sie es zumindest da dargestellt haben, dass er sich verloren gefühlt hat, und dann sich in irgendeinen Strudel gefangen genommen hat, das hatte nichts mit irgendeiner bestimmten Szene zu tun, sondern das hatte was mit seinen Lebensumständen an sich zu tun, und halt mit einem schlechten Einfluss von seinem persönlichen Berater. Ja, 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 ich finde, das ist eine gute Sache. Was ich immer nur noch gedacht hätte, wäre, ich glaube, äh, dieser Film, also, keine Kritik an den Film, keine Kritik an der Ausführung, wie der Film gemacht wird, äh, ich glaube, aufgrund der, des tatsächlichen Stoffs, der zugrunde lag, hätte das auch, alles in allem, eine relativ gute, äh, Arthouse-FSK-16-Verfilmung werden können, wenn ich so ein bisschen an, äh, ich will jetzt nicht zu hart reingehen, aber so ein bisschen in die Lars von Trier-Richtung hätte man das auch gemacht. Ich glaube, damit wäre Freddy auch relativ, äh, d'accord gewesen letztlich. Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Wenn da irgend so ein, mir fällt jetzt wirklich gerade, Lars von Trier ist wirklich schon zu heftig, aber irgendwie so ein richtiger Arthouse-Fuzzi, der das irgendwie so, hier so in die Richtung, weiß nicht, ob du den gesehen hast, so von Call Me By Your Name oder so. Ja, ja, nee, aber, aber dadurch, dass sie das eben nicht so wie du gemacht hast, sondern eher so ein bisschen subtiler, äh, finde ich, haben sie halt, das gut gezeigt, was wir halt auch schon bei, was du schon bei dem Outing gesagt hast, äh, gesagt hattest, äh, dass sie quasi diese zwei Seiten ganz gut gezeigt haben, weil das ist ja etwas, was man halt wirklich in der Öffentlichkeit nie kannte, es war halt, er war halt auch so ein bisschen Mysterium, das war ja auch gewollt, und dass sie so seine Seite gezeigt haben, die laut Aussagen, Bekannter, etc., ja wirklich sehr ruhig, sehr anders gewesen sein sollte. Und, man kann das nicht oft genug betonen, das ist sehr wichtig, und ich möchte, dass die Leute das auch wissen, immerhin ist das letzte Video, äh, These Are The Days, ist auch ein Video, in dem Freddie Mercury ein Pulli anhatte oder irgendein Oberteil, wo Katzen drauf waren. Und dieser Film wird seinen Katzen gerecht, und das ist kein Scheiß, was ihr da seht, dass er seine Katzen anruft und so, das ist wirklich, wirklich passiert. Der hat seine Katzen zu Hause angerufen, das waren seine Babys. Ja, und ich glaube das auch, um das noch kurz dann darzustellen, es ist ja auch ganz oft so, dass halt diese super outgoing Künstler und Musiker und so halt wirklich super in sich gekehrt und auch introvertiert und schüchtern und so sind. Und ich glaube, ich glaube das auch 100 Prozent, ne, also ich, ohne da jetzt zu tief reinzugehen und das zu einem autobiografischen Podcast zu machen, aber ich mache halt auch Videos auf YouTube, aber bin am liebsten allein und sitze hier rum, so. Also, es ist relatable auf einer gewissen, ja, das ist halt wirklich so ein bisschen so, aber auch wirklich eine Erfahrung, die man immer wieder macht irgendwie, dass es vor allem halt auch in der Szene oder halt in diesen eigentlich sehr expressionistischen, artifiziellen Gegenden, Gemeinden, Leute gibt, die halt eigentlich sehr gerne nur unter sich sein wollen, so. Ja, auf jeden Fall. Ich kann übrigens noch kurz ein bisschen Trivia-Fakten von mir geben, weil mir gerade einfällt, für die Leute, die sich fragen, ja, was habt ihr eigentlich die ganze Zeit mit Freddie Mercury? Warum? Was beschäftigt euch überhaupt gerade so mit Freddie Mercury? Warum ist der Queen? Warum höre ich die Stimme so gern und überhaupt? Und ich möchte das einfach nochmal reinwerfen, weil ich mich auch für die Arbeit in den letzten Wochen so viel damit durchgelesen beschäftigt habe. Ich habe tatsächlich eine wissenschaftliche Arbeit durchgelesen, die 2016 vorgenommen wurde, die seine Stimme untersucht hat, mit dem Ziel herauszufinden, warum die Stimme so einzigartig ist. Und diese Ergebnisse möchte ich einfach nur mal kurz hier ein bisschen breittreten, einfach weil ich finde, dass das echt interessant ist. Die haben nämlich herausgefunden, dass sein Vibrato, also wenn man Ton hält, dann schwingt er ja meistens, weil es erstens schwieriger ist, den geradezollten, zweitens wirkt es lebendiger. Sein Vibrato war ungewöhnlich schnell, ungewöhnlich ungleichmäßig und es hat einen sehr, sehr starken Ausschlag gehabt. Und wenn ihr euch mal nur Akustikaufnahmen nur von der Stimme anhört, dann hört man das sehr, sehr stark. Und er hat halt diese raue Stimme und das hat etwas tatsächlich mit genetischer Veranlagung zu tun. Also was ihr euch merken könnt, wenn ihr so singen wollt und es nicht könnt, dann habt ihr wahrscheinlich einfach Pech gehabt. Der hatte halt genetisches Glück. Dafür sehr hässliche Zähne. Kennst du diesen Marc Mattel? Ja. Der hat ja tatsächlich, also für alle Leute, die das jetzt nicht wissen, das ist einfach so ein Dude, der, ich glaube, irgendwie mal für eine Queen-Band gecastet wurde, so eine Tribute-Band. Genau. Und er hat dann einfach Videos auf YouTube hochgeladen, wo er Somebody to Love singt und einfach wirklich hart klingt wie Freddie Mercury. Und der hat sogar ein paar Sachen halt eingesungen für den Film auch. Genau. Richtig cool. Genau. Aber, und das ist halt auch der Punkt, du merkst aber auch bei dem, wenn der anfängt, weiter nach oben oder nach unten zu singen, du merkst den fehlenden Unterschied halt doch sehr deutlich. Und das ist halt etwas, was ich unfassbar faszinierend fand, dass man das wirklich wissenschaftlich nachweisen kann, warum das so war. Und dass das halt wirklich etwas ist, was man nicht und niemals lernen kann. Und das macht es wahrscheinlich auch so einzigartig. Ja. Ja, ja, ja. Bist du denn um mal, ich würde langsam mal Richtung Ende tendieren, es sei denn, dir fällt noch sehr, 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 sehr viel ein. Aber ich würde halt gerne auch ein bisschen über Wembley sprechen, für alle, die es sich jetzt nicht schon wieder spoilern lassen wollen. Aber das ist quasi, und das kann man schon so sagen, das ist mehr oder weniger der Höhepunkt der ganzen Band. Also da waren die am bekanntesten, haben quasi das eines ihrer, es gilt, glaube ich, heutzutage auch als eines der besten Live-Konzerte aller Zeiten. Also überhaupt, Queen war eine sehr, sehr aktive und erfolgreiche Live-Band, die sehr, sehr viel geprägt haben von Auftritten her, mit dem Publikum, Spielen etc. Und das Live-Ad-Konzert war nur 20 Minuten lang. Und soll ich verraten, für einen Film, im Prinzip läuft das, das läuft doch im Prinzip mit ein paar Abstrichen fast komplett am Ende des Films. Ja, also es gibt im Vorhinein, also der Film, das ist quasi die erzählerische Klammer, zusammen mit, jetzt Megaspoiler, mit Somebody to Love, was gerade eben auch noch, das ist auch noch so ein Ding, wo ich eben drüber geredet habe, was natürlich am Anfang noch nicht so einen Kontext hat, aber am Schluss dann, oh yeah, I get it. Und dass er dann da auch zum Ende, jetzt sind wir ja krass im Ende quasi schon drin, dass er dann da zu Jim Hutton und so fährt, das ist wahrscheinlich auch, im Leben war das nicht am Tag vom Wembley. Nein, nein, ich habe sogar gelesen, die haben sich nicht mehr auf der Party kennengelernt, sondern der hat den einfach in der Bar getroffen. Ja, aber das ist auch wieder das Ding so, ey, es war ganz witzig, ich finde, man hätte es auch können anders machen, und man hätte es auch können, vielleicht ein bisschen mehr ausbreiten können, dass er da quasi, also Freddy quasi den Film über in so dieser toxischen Beziehung mit diesem anderen Typen gefangen ist und dass Jim ihn da quasi irgendwie rausholen will oder so, hätte man auch können machen, wäre bestimmt auch cool gewesen. Sowas auch nett. Aber ja, das sind die, eigentlich die kompletten letzten 20, das ist jetzt nicht Realtime, ich glaube, ein, zwei Lieder haben gefehlt, aber ich glaube, die letzten 10, 15 Minuten sind halt wirklich komplett Live Aid. Und ich finde es großartig. Also wirklich, das ist halt wirklich, das kann man ja auch schon in Trailern erahnen, aber das haben sie wahnsinnig gut gemacht. Und kleiner Funfact mal wieder am Rande, das ist tatsächlich das Erste, was sie gedreht haben. Ja, 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 hast du das mitbekommen? Weil da gab es dann damals auch Videoaufnahmen, wo die das gedreht haben. Das hatte ich damals dann immer verfolgt, als dann irgendwelche billigen Handy-Leaks von 500 Meter von der Bühne hinzahlen, wo die dann auf die Bühne kommen und dann so, oh mein Gott, das sieht ja von weit entfernt schon wirklich exakt so aus. Ist ja richtig crazy. Ja. Ich habe jetzt tatsächlich aber noch ein letztes Anliegen, was mich tatsächlich auch selbst, ich kann es selbst für mich so noch nicht beantworten, vielleicht entwickle ich ja mit dir eine Antwort im Laufe des Gesprächs daraus. Bitte, wir schaffen das. Wir schaffen das. Würdest du denn sagen, dass das ein guter Schluss war? Und zwar wirklich aus einer Perspektive, wo ich mir sage, ja, das macht mit der Klammer, wie du gerade schon gesagt hast, unfassbar viel Sinn, das setzt vieles in den richtigen Kontext und das ist ja auch einfach der Höhepunkt der Band. Und wie sagt man so schön auf dem Höhepunkt, soll man aufhören? Aber man darf nicht vergessen, dass zu dem Zeitpunkt weder bekannt war, dass er Aids hat, das hat er erst, ich glaube, keine 24 Stunden, bevor er gestorben ist, verraten, auch wenn es davor immer wieder Gerüchte gab. Und vor allem ganz, 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 ganz viele bekannte Lieder und ich glaube noch zwei, drei Alben sind erst danach entstanden. Also sowas wie The Show Must Go On oder I Want It All und Hasse nicht gesehen. Das kam erst danach, also weil er ja wusste, und das wird im Film schon angesprochen, dass er halt nicht mehr ewig Zeit hat und dass er die Zeit, die er hat, noch nutzen will, um so viel Musik zu machen, wie er kann, was ich unfassbar beeindruckend finde. Und je mehr ich mich dann im Nachhinein nochmal eingelesen habe, weil man das halt so macht, wenn man sich dafür interessiert, um nochmal auch Erinnerungen aufzufrischen, desto mehr hätte ich es tatsächlich auch sogar noch, ich weiß aber nicht, ob das noch gepasst hätte, ob das vielleicht etwas ist, was man auch vielleicht gar nicht so behandeln sollte, aus Respekt oder aus, ja, nö, eigentlich nur aus Respekt, diese letzte Phase zu zeigen oder beziehungsweise noch ein Stückchen weiter und wie ihn das verändert hat, weil er hat ja auch noch alles versucht, irgendwie doch noch länger leben zu können. Er hat ja auch super, super Pech gehabt, dass irgendwie, ich glaube, ein, zwei Jahre später wurde ja dieses Medikament entdeckt beziehungsweise erfunden, womit heutzutage HIV-positiv getestete Leute ja eine vernünftige Lebenserwartung noch haben. Wie siehst du das? Hättest du da auch noch gerne mehr gesehen oder ist das etwas, also wie gesagt, aus musikalischer Sicht und vor allem von den Thematiken, was die selbst noch in Songs behandeln, ist das durchaus hochspannend. Es ist halt die Frage, will man das sehen? Macht das Sinn? Ich finde, es ist eine sehr gute Frage. Das Ding daran ist halt, also es hat, also ich versuche jetzt mal von hinten aufzurollen, weil das, ich sage jetzt mal, das Problem wahrscheinlich daran ist, dass der erste Pitch, die Idee, die große Idee von Brian May, Roger Taylor und wer auch immer da gesessen hat, als die Outlines geschrieben haben oder so, war, Live Aid wird das Ende des Films. Gehe ich jetzt mal hart davon aus, weil dafür ist es halt auch einfach zu, ein zu großes Ding, als dass die jetzt einfach im Schnitt drauf gekommen wären, und gesagt hat, oh, das könnte man einfach ans Ende des Films packen. So. Ja, ja, genau. Und dahingehend kann man den Film natürlich irgendwie rückwirkend analysieren. Und ich habe den Film auch jetzt nur einmal gesehen und zwei Wochen ist es schon her. Intuitiv würde ich sagen, ja, es hat können weitergehen. Inhaltlich gibt dir der Film natürlich schon irgendwie in gewisser Weise an die Hand, wo drum es geht. Und ich fand, es ging halt so vor allem rückwirkend betrachtet ab dem Ende drum. Ab wann war Queen Queen in dem Sinne so? Und darüber definiert sich ja der ganze Film so. Wow, Freddy muss ich finden. Wow, die Band hat Streitigkeiten. Und dann irgendwann gibt es dieses Gespräch, wo Freddy in die Band zurück will, wo er das wieder machen will, wo sie diesen Deal machen. Und dann haben sie ihren großen Auftritt. Und dann wird Live Aid eben in dem Kontext gezeigt, als das ist der Moment, in dem sich Queen so gefunden hat, wie sie für immer in Erinnerung bleiben wollten. Und es dementsprechend vielleicht auch so ein bisschen ganz gut der Hint von Brian May und Roger Taylor, dass sie halt sagen, das war unser Ding. Genau ab da war Queen, selbst wenn Freddy da schon dem Tode geweiht war, war genau das quasi das Ding. Und dahingehend, so innerlogisch, in seiner eigenen Logik, finde ich, funktioniert das gut. Auch wenn ich dabei wieder dann ein Problem habe, wo ich sage, wie schon am Anfang irgendwann, wie ich erwähnt habe, es ist ein bisschen zu viel, finde ich, mit der Plattenfirma, mit der ganzen Band-Sache, mit der ganzen privaten Sache. Es greift nicht immer hundertprozentig ineinander. Und ich finde, man merkt das dann auch, dass die dann am Schluss irgendwie so ein bisschen Torschusspanik kriegen, wenn dann eben, wie du auch erwähnt hast, nochmal der Plattenboss gezeigt wird, so, oh, hey, jetzt ärgert er sich, weil sie hatten mal Streit. Ja, ja, okay, ich hätte es jetzt nicht gebraucht, aber es ist okay. Und dann so, hey, kurz vor Ende muss Freddy noch seine große Liebe finden. Hey, er hat seine große Liebe gefunden und so. Und die vertragen sich dann mit seiner großen weiblichen Liebe und so. Und ja, ich finde, so doof es klingt, aber rein theoretisch wäre sogar ein Sequel möglich, das dann irgendwie heißt, who wants to live forever oder so was. Ich meine, rein theoretisch möglich wäre es, auch wenn natürlich das Ende des Films sehr abschließend halt auch ist, in gewisser Art und Weise. Weil es halt eben, und wie gesagt, auf der Ebene, finde ich, funktioniert es. So diese Grundfrage des Films ja irgendwie ist, die beantwortet wird, was war das Queen? Wann wurde Queen zu Queen wirklich? Und ja, dahingehend funktioniert es. Und hast du jetzt vielleicht ein bisschen mehr Antwort gefunden? Nein. Nein, doch schon. Also wie gesagt, ich bin ja auch exakt bei dir. Also von der filmischen Sicht her hätte ich auch gesagt, macht das überhaupt keinen Sinn. Ich weiß halt auch nicht, ob das etwas ist, was ich behandelt sehen will, weil mich das schon sehr getroffen hat. Und ich glaube, es wäre ein sehr, sehr trauriger Film. Und ein sehr düsterer Film. Nichtsdestotrotz aus musikalischer Perspektive war auch unheimlich spannend. Stimmt, stimmt. Aber lief im Abspann, lief Show Must Go On, oder? Show Must Go On und Don't Stop Me Now. Stimmt. Und übrigens auch, auch erst fängt es ja nur mit seiner Stimme an. Und ich glaube, erst beim ersten Chorus oder so fallen dann alle ein. Also auch mit Instrumenten. Nee, das war, glaube ich, bei Somebody to Love, oder? Nee, das haben sie mehrmals gemacht. Das haben sie da zum Schluss auch gemacht. Das, 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 oh Gott. Ich habe mich schon den ganzen Filmen gewundert, warum das nicht kommt. Dann macht sie es da und dann war ich sehr gespannt. Eigentlich, ja. Was, was würdest du denn dem Film, abgesehen von dem, was du gerade schon gesagt hast, denn noch ankreiden? Und mal, also ich würde halt grundsätzlich sagen, da kommen wir aber auch gleich nochmal zu, dass es ein sehr, sehr sehenswerter Film ist. Aber was ist das, wo du, wo du sagen würdest, darauf müsste man sich einstellen? Wenn man das tut, dann hat man eine gute Zeit. Also mein Hauptpunkt ist und bleibt so ein bisschen, auch wenn es vielleicht ein bisschen zu verquarzt klingt, dass der Film teilweise doch arg unfokussiert ist. Ich fand vor allem, auch wenn es mir Spaß, es hat mir jederzeit Spaß gemacht, alles zu sehen und das irgendwie so auch quasi so ein Stück weit irgendwie zu inhalieren, so ein bisschen diese Geschichte und auch die Songs und wie das entstand und so. Aber teilweise wirkt es auf mich auch ein bisschen unfokussiert, vor allem in den ersten 20 Minuten vielleicht. Und darauf sind wir jetzt gar nicht gekommen, das wollte ich die ganze Zeit noch sagen. Es war teilweise für mich auch etwas, ich sag mal, polemisch im Sinne dessen, dass teilweise irgendwie Sachen so ein bisschen komisch glorifiziert wurden. Also ich als erstes, als Queen-Fan, da kann ich vielleicht auch so ein bisschen aus dieser Film-Geek-Sache springen. Als Queen-Fan und als Musiker, der ich auch lange Zeit war, mittlerweile nicht mehr ganz so aktiv, kann ich halt auch so ein bisschen in den Prozess reingucken und sag ganz, aus ganz persönlicher Sicht, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr von den Prozessen des Songwritings erfahren, ein bisschen mehr, warum schreiben sie das, was beschäftigt sie, dass sie das schreiben, nicht das am Schluss sie einfach im Plattenladen, beim Plattenbau stehen und sagen, hey, Bohemian Rhapsody wird unsere erste Single, sondern warum wird das die Single? Was bedeutet das der Band? Woher kommt das? Zumal ich mir nur ganz kurz dazwischen gerät, zumal es ja wirklich auch kein Geheimnis ist, dass zum Beispiel Freddie überhaupt nicht gern getextet hat, was man dann auch an so schönen Kreationen wie Radio Gaga und so sieht. Also sowas wäre tatsächlich auch für mich, ich bin tatsächlich sogar auch noch aktiv Musiker, aber auch nur privat, aber das fände ich halt wirklich interessant. Das sind so Sachen, ich glaube halt auch, bei Musik ist es wie bei vielen, und wenn du die Leute nicht komplett überforderst mit technischen Begriffen oder sonst irgendwas, glaube ich, ist das auch durchaus spannend, weil da denkt man überhaupt nicht drüber nach, aber was ist Radio Gaga? Warum benennt sich jetzt jemand danach und ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen überhaupt? Also sowas. Ja, ja, es findet halt alles so ein bisschen, ich sage mal aus musikalischer Sicht und aber auch aus inhaltlicher Sicht alles so ein bisschen auf der ersten Meta-Ebene statt, im Sinne von, hey, ich will einen Song machen für die Zuschauer, lass uns auf den Boden stampfen und klatschen. Ich glaube denen, dass das so war, aber ich glaube nicht, dass, also, ich finde, es ist fast schon ein Punkt von mir, dass ich Queen in dem Sinne in Schutz nehme, weil ich sage, der Film sollte den Zuschauern nicht zeigen, dass es so einfach ist, so großartige Musik zu machen, so ein bisschen. Vor allem, wie sich dann auch so Freddy da am Klavier liegt und dann über Kopf am Klavier was spielt und dann ist es quasi plötzlich Bohemian Rhapsody und dann drei Jahre später schreibt er irgendwie das großartigste Lied aller Zeiten und dann ist es halt immer einfach da und dann so, ah, jetzt machen wir noch Opern dazu und so. Klar, aber, ja, und das Einzige, was ich dazu noch sage, ist, dass ich es halt auch teilweise ein bisschen schade fand, dass halt gerade die berühmten Lieder, die berühmten Momente im Film waren, so. Er schreibt Bohemian Rhapsody und dann schreiben sie Another One Bites The Dust und so. Und ein bisschen in Schutz nehme ich es, weil ich glaube, einmal spielen sie auch Keep Yourself Alive, das nicht ganz so berühmt ist und Love of My Life hat ja auch einen integralen Part im Film, das ganz cool war. Ja, aber das ist ja auch eigentlich relativ bekannt. Das ist ja das Live-Lied überhaupt. Ja, aber wie gesagt, davon ab, oder eben auch dann mit Love of My Life, so ein bisschen auch dieses, ist es ein Greatest-Hits-Film. Und es ist auch ein sehr Mainstream-Publikum-angepasster Film, was überhaupt nicht schlimm ist. Da hatten wir ja gerade schon was, dass ich gesagt habe. Man hätte auch ein bisschen, auch wenn Lars von Trier jetzt natürlich völlig übertrieben war, aber man hätte durchaus können, ein bisschen den kleinen C in das Arthouse-Kino reinhalten können. Und ich glaube, der Film wäre immer noch gut gewesen. So, wo es immer ein paar Kompromisse gibt, die man da eingehen kann. Aber dementsprechend, also um deine Frage jetzt noch mal ganz kurz und knackig zu beantworten, ich glaube, auf diese Art und Weise wird es für die Mainstream-Zuschauer, die halt nur ein bisschen Queen kennen, eine sehr gute Erfahrung, auch wenn sie bei weitem nicht alles verstehen. Aber gerade das ist in meinen Augen auch dem Film, das ist in gewissen Weisen das größte Verhängnis des Filmes. Tonal, narrativ und vielleicht auch gerade musikalisch. Und jetzt du. Jetzt ich. Also ich habe im Prinzip ähnlich was auszusetzen. Also ich, das ist echt schwer, weil ich das nicht so leicht wie bei anderen Filmen so einfach trennen kann. Ich würde halt auch sagen, was ich auch am Anfang schon angerissen hatte, ich störe mich immer noch so ein bisschen daran, dass der Film es nicht schafft, mir bis zum Ende, also bis die letzten 30 Minuten oder so, da ist es für mich klar, aber bis dahin zu zeigen, warum die Mitglieder sich echt lieben, warum das eine Familie ist. Weil das war es, das haben sie selbst für sich auch immer so festgehalten, aber das ist etwas, was mir der Film immer wieder unter dem Boden wegzieht. Und das finde ich per se nicht schlimm, wenn es nur nicht so häufig passieren würde, weil es schafft dadurch zwar Freddy für eine Zeit lang zu isolieren und genau das zu schaffen, was wahrscheinlich auch so in seinem Kopf zumindest vorging, spekulieren wir halt zumindest, aber es war halt auf Kosten dieses Gefühls einer zusammenhängenden Gruppe. Auch, dass er ganz oft zu spät in irgendwelche Sachen reinkommt, ist kein Problem, aber du hattest eher das Gefühl, dass sie sich damit abgefunden hatten und ihn nicht mehr so integral mochten wie am Anfang und solche Geschichten. Und das kann ja, wie du sagst, sein, dass das eine schlechte Woche in einem oder in zwei Monaten war, aber für den Ton des Films sorgt das halt eher für so ein Gefühl, als ob das immer so ist. Und das fand ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ich kann halt nicht sagen, wie es in echt war. Deswegen ist das halt immer so eine Frage, ja, ist es ja echt oder nicht oder wie auch immer. Aber ich hatte das Gefühl, dass eben dadurch dieser Familienaspekt ein Stück zu stark untergraben wird. Das ist halt auch wieder das klassische Ding von, du weißt wahrscheinlich halt auch einfach zu viel. Weil nicht, dass es nicht legitim ist, das zu sagen, aber ich fand, verbessere mich gerne, ich fand, es wurde auch gar nicht so hart so dargestellt, als dass es da so eine überheftige Banddynamik gäbe. Nein, 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 also nee, nee, das nicht. Aber es war halt, ich weiß auch nicht, mir kam es nicht ausgewogen genug vor. Zumal halt solche Sachen, dass eben nur Freddy Solo-Projekte gemacht hat und dass sie dann halt vor ihm standen, ja, wie viel haben sie denen gezahlt und bla, bla, bla. Wo ich mir halt dachte, ja, aber die anderen haben in echt auch alle Solo-Projekte nebenbei gemacht. Und es waren halt auch solche Sachen, wie dass sie eben durch das Video von I Want To Break Free auch in Amerika quasi gesperrt waren, weil die das Video nicht zeigen wollten, dass sie halt zu dem Zeitpunkt auch alle gesagt haben, hey, komm, dann machen wir erst mal selber was. Also, das war mir manchmal ein Stück zu künstlich dramatisch. Ja, und ich glaub, ich weiß jetzt auch nicht mehr 100 Prozent, aber ich bin mir relativ sicher, dass der Live-Aid-Auftritt auch nicht der erste seit x Jahren war, sondern die hatten irgendwie noch ein Jahr vorher irgendwie ein paar Gigs gespielt und so. Und deswegen ist das auch da, sag ich mal. Ja, ja, genau. Genau, zumal ich glaub, die haben 84 ja oder 83 oder 84 haben die ja erst ein neues Album rausgebracht. Und sie waren ja bekannt dafür, dass sie danach immer auf Tour gehen. Das heißt, das war auch nicht, wie du richtig sagst, das war nicht der erste Auftritt seit Jahren oder so. Ich glaub, das ist der erste Auftritt seit Wochen oder Monaten oder so. Ja, ähm, dann lass uns doch abschließen. Wie ist dein finales Fazit aus allem, was wir jetzt zusammengefasst haben? Es sei denn, dir ist noch gerade der Blitz durch den Kopf geschossen. Du hast, oh, das hab ich vergessen. Also erstmal würde ich gerade noch ganz kurz ankündigen, weil es mir jetzt spontan eingefallen, deswegen überrumpe ich dich. Ich denke, wir sollten zum Abschluss auf jeden Fall noch jeweils unsere Top 3 Queen Leader oder so definieren. Oh ja, sehr gerne. Und ich versuche gleichzeitig zu reden und zu überlegen und sage eigentlich genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Es ist ein etwas für mich persönlich zu unfokussierter Film, der vielleicht ein bisschen zu viele Kompromisse eingeht immer wieder. Das habe ich ja jetzt schon oft genug erwähnt. Und trotzdem, aber nicht nur, weil es um einen Musiker und um eine Band geht, die mich so krass, die mich so krass bekleidet hat, auch in meinem Leben. Ein guter Film ohne Moment, den ich noch gerade erwähnen will, ist, den ich wirklich, wirklich auch sehr, sehr grandios fand, war. Als Freddy zu dieser, ich weiß es nicht, Aids-Vorsorge oder was auch immer geht. Und da dann ein kleines Kind im Gang sitzt und einfach nur dieses, äh, richtig, richtig gut, hat es mir auch so ein bisschen, ist mir das Herz in die Hose gefallen. Und genau das ist aber halt auch, steht halt auch sehr gut für den Film, weil er halt auch wirklich extrem gute Einzelmomente hat. Extrem witzige Einzelmomente, extrem gute Charaktere auch. Und deswegen mochte ich den Film sehr gerne. Ich habe jetzt in meiner Review sieben von zehn Punkte gegeben, habe aber auch da gesagt, ich würde auch, hätte auch kein Problem damit so, äh, für meine emotionale Seite zu sprechen und acht Punkte zu geben und den Film, äh, in meinem Herzlein zu halten. Und jetzt dein Fazit. Ähm, ja, ich habe tatsächlich, ich, ich, bei mir fällt es relativ ähnlich aus. Also, auf eine Zahl will ich mich immer nicht festlegen, weil ich sowas nicht kann, äh, auch wenn ich es immer wieder tun muss. Ähm, aber ich würde tatsächlich in eine ähnliche Richtung tendieren wie du. Ich würde halt auch sagen, es ist so ein typischer Film, der gewinnt unfassbar viel dadurch, wenn man weiß, womit er sich beschäftigt, wenn man Fan von der Sache ist. Aber um das auch nochmal zu beantworten für diejenigen, die es nicht kennen. Und ich finde, das hast gerade du wunderschön analysiert mit der, mit der fehlenden Meta-Ebene. Ist es halt auch ein Film, der leicht genug ist. Und ich meine jetzt leicht nicht im Sinne von humoristisch oder, er ist nicht tragisch, sondern im Sinne von, er ist verständlich genug, dass die Leute, die, die, die nicht so viel Bescheid wissen, ähm, gut unterhalten werden. Und zwar sehr gut unterhalten werden. Ich bleibe dabei, man muss sich am Anfang ein bisschen dran gewöhnen, dass die Singstimme unfassbar anders ist als die normale Sprechstimme von Rami Malek. Das ist etwas, wo man sich aber, glaube ich, schnell dran gewöhnt. Ich finde, der Film sieht gut aus. Er hat seine Probleme, aber, äh, meine Güte. Ich war wirklich als Fan und als Kinobesucher wirklich, wirklich lange nicht mehr so emotional ergriffen. Ob das jetzt Oscar-würdig ist von der Performance, da müsste ich mir wirklich nochmal angucken. Das kann ich so nicht sagen. Ich würde spontan sagen, ja, vielleicht, aber ich müsste wirklich nochmal genauer hingucken. Dann sind wir soweit, ne? Dann hauen wir jetzt unsere, äh, Top 3 unserer Lieblings-Queen-Songs raus. Und ich hoffe, du nimmst nicht meinen. Sollen wir jeweils immer erst, äh, Platz 3, Platz 3, Platz 2, Platz 2. Ja, ja, genau. Dann, äh, Platz 3 von Marius Scholz ist, äh, das Lied von Queen. Ähm, ich bin noch gerade, ich hab meine 3, aber ich bin noch gerade am Überlegen, wie ich sie rumshake. Ich glaube, ich bleib dabei. Mein Platz 3 ist von einem relativ späten Album, aus der Spätphase, und es klingt auch schon sehr 80er und fast schon 90er. Äh, es ist Friends Will Be Friends. Oh, das ist schön. Das ist sehr schön. Übrigens geschrieben von, ich glaube, Roger Taylor, oder? Ne, von John Deaton. Ha. Wunderschön. Wunderschön. Mein Platz 3 ist, äh, ein bisschen was, äh, was für mich vor allem auch Nostalgie wert besitzt. Und das ich auch heute immer noch faszinierend finde, dass man so ein Lied schreiben kann. Es ist, äh, Bicycle Race. Oh, schönes Ding, ja. Das heißt, ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht, wie einfach man es sich machen kann, aber nichtsdestotrotz ein wunderschönes Lied. Platz 2 in der Liste der besten Queen-Songs von uns beiden ist... Ich will nur mal ganz kurz die Vorhersage treffen, dass unser Plan 1 wahrscheinlich jeder selber ist, aber ist jetzt auch egal. Ähm, Platz 2 ist auch ein ganz, ganz klares Ding für mich, äh, weil ich finde tatsächlich einer... Auch wenn er nicht unbedingt als Pop eingeordnet werden kann, wenn man die Prämisse als poppig betrachtet, einer der besten Pop-Songs, die je geschrieben wurden, und zwar Don't Stop Me Now. Verdammt! Das, das, das war mein Platz 1. Oh, Mist! Okay, okay. Tatsächlich, also, äh, für mich ist das, das ist eine, wie du schon sagst, das ist eines der besten Lieder aller Zeiten. Das ist etwas, das nimmt dich sofort mit, das lebt von den Vocals, das lebt aber auch von Klavier, von der einsetzenden Band. Das ist unglaublich, wie viel Energie dieses Lied hat. Also, du hast, ja, du hast im Prinzip ganz viele Metaphern, Allegorien für, äh, für... Ich bin nicht aufzuhalten, ich starte jetzt durch, textlich. Aber das gleichzeitig musikalisch so transportiert wird, ist der Hammer. Also, bin ich voll bei dir. Äh, mein zweiter Platz ist, ähm, auch ein sehr experimentelles Lied, was ich unfassbar gut finde, was auch zu Recht auf Platz 1 der Charts gestanden hat. Ich weiß nicht, ob bei uns, äh, aber auf jeden Fall in England. Und das ist Inuendo. Oh, krass, das ist ja ein bisschen, jetzt dann doch schon ein bisschen abseits des, äh, des Mainstreams, ähm... Findest du? Ja, also, so bekannt ist es jetzt nicht halt, ne? Okay, aber ich, ich, ich finde tatsächlich einfach aus musikalischer Perspektive dieses Lied mindestens genauso, ähm, ambitioniert wie auch Bohemian Rhapsody damals. Aber Bohemian Rhapsody wollte ich zum einen nicht nehmen, weil es zu offensichtlich ist. Und zweitens, weil Inuendo tatsächlich auch, äh, in sich noch ein bisschen verschlungener ist mit den verschiedenen Einflüssen, die es benutzt. Also, du hast ja wirklich, äh, das geht ja fließend ineinander über und ist nicht so gestrickt voneinander getrennt. Deswegen ist das mein Platz zwei. Und während ich jetzt nochmal überlege, was ich jetzt, äh, stattdessen auf Platz eins nehme, kannst du schon an deinen Platz eins verraten? Mein Platz eins ist, ja, wie soll's anders sein? Bohemian Rhapsody natürlich, weil ich einfach der Meinung bin, dass es das beste Lied ist, das je geschrieben wurde, weil ich das Lied unheimlich liebe, weil... Einfach, weil's Bohemian Rhapsody ist, so. Also, da muss man jetzt gar nicht groß was sagen, so. Äh, es ist sehr vielschichtig, es ist aber irgendwie... Also, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das, das guck ich mir fast noch lieber an, als, äh, irgendwie Live-Performances von Queen. Das Green Day eine Zeit lang, bevor sie, äh, bei Live-Auftritten selbst gespielt haben, haben die einmal Bohemian Rhapsody laufen lassen und das Publikum rastet immer völlig aus und singt mit und schreit mit und springt mit. Und es ist wirklich, es ist herzerwärmend einfach nur. Und, äh, nicht zuletzt deshalb ist Bohemian Rhapsody Platz eins. Und jetzt bin ich gespannt, was dein Platz eins Punkt zwei ist, sozusagen. Mein Platz eins Punkt zwei ist tatsächlich jetzt dann doch etwas, wo ich überlegen muss, weil ich zwei Lieder habe. Aber ich glaube, ich entscheide mich für The Show Must Go On. Ja, einfach, weil es, ähm, auch wieder für mich eine sehr emotionale Seite hat, weil es eine sehr biografische Seite tatsächlich auch hat, äh, mit dem Spruch, äh, Make-up is flaking but the smile stays on. Ist ja etwas, wo auch im Nachhinein der, der Freund, der letzte Freund von Freddy gesagt hat, das ist quasi mit das wahrste, was er in seinen letzten Jahren jemals so in seine Lieder mitgepackt hat, abgesehen halt von dieses, äh, I'm going slightly mad oder sowas. Und, ähm, das, das bewegt mich tatsächlich sehr, auch einfach das Video, weil die, weil er nicht mehr in der Lage dazu war, ein Video dazu aufzunehmen und sie quasi alte Videoschnipsel passend zueinander, ähm, geschnitten haben. Ähm, das finde ich immer sehr, 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 sehr krass. Äh, mein Platz 1.3 übrigens wäre gewesen, Who Wants to Live Forever, aber das ist auch nicht groß. Mein Platz 1 im Herzen ist einfach auch dazu noch das komplette A Night at the Opera Album, weil ich das einfach auch extrem liebe. Ja, kann, kann ich nur so unterschreiben. Also, was nehmt ihr daraus mit? Guckt euch diesen Film an, wenn ihr ein bisschen Geld überhabt. Er lohnt sich auf jeden Fall. Mit Abstrichen. Und vor allem macht er wieder Bock auf Queen. Ah. Also, hört ganz viel Queen. Queen darf niemals in Vergessenheit geraten, wird es aber wahrscheinlich auch nicht. Nee, glaub ich nicht. Ist die Gefahr relativ klein. Ja, dann, äh, bedanke ich mich ganz herzlich bei, äh, meinem Gast, äh, den guten Marius. Und wenn ihr ihn, ähm, auch mal auf seinem Kanal besuchen wollt, jetzt macht er Werbung für euch. Ich mach Werbung für euch? Was? Für wen mach ich Werbung? Äh, für, ne, für, für sich, äh. Da hab ich dich aber jetzt eiskalt auflaufen lassen. Er, 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 er macht, er macht, er macht jetzt auch Werbung für uns. Also, bitte, sag doch mal was Geiles über uns. Ja, ich wollte einfach nur sagen, danke, dass du bei Unlimited Pictures mal wieder zu Gast warst in meinem Format hier. Das ehrt mich sehr. Und, äh, wenn du Lust hast, kannst du auch gerne ja mal auf meinem Kanal vorbeigucken. Da mach ich, äh, Kram zu Filmen, zu, äh, ja, eigentlich zu Filmen, aber auch alles so, was im Fahrwasser des Filmes, des Mediums, Films passiert und manchmal auch irgendwie irgendwas, was nicht im Fahrwasser von Filmen passiert. Genau, wir werden das auf jeden Fall auch noch, äh, verlinken. Und, äh, ich mach normalerweise auf Gamescom eher Spiele-Sachen, weswegen ich mich immer freue, dass ich bei Unlimited Emo auch meine Leidenschaft für Musikfilme und alles andere ausleben kann. Ähm, und, ja, besucht uns auf UnlimitedEmo.de, auf YouTube, unserem YouTube-Kanal UnlimitedEmo und abonniert alles. Ihr könnt uns, glaub ich, auch mittlerweile auf Spotify erreichen, auf iTunes sowieso. Äh, und wenn ihr uns da geil bewertet, dann bekommt ihr nichts, könnt aber mit einem ruhigen Gewissen ins Bett gehen. Und das ist viel wert. Genau, und, ey, das fällt mir auch noch, gerade einen eigenen Podcast habe ich auch noch mit einem Kollegen, da war zum Beispiel Martin vor kurzem zu Gast. Könnt ihr natürlich auch gerne vorbeigucken, findet man dann auch alles irgendwie auf meinem Kanal und so. Sehr, sehr gern. Dann, ich danke dir, Marius, und, äh, tschüss. Macht's gut, ciao. Wow. Kann Käfer mir somebody, whoo, can anybody find me... Somebody to love. Oh.